Hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 4, dem Remake. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mit mir dieses schöne Spiel genießen wollt. So, wir haben den Schlangenkopf und den Löwenkopf und wir gehen jetzt mal weiter. Äh, Quatsch, falsche Richtung. Siehst du, wir müssen hier lang. Da oben hin. Ich war der Meinung, einer fehlt noch. Kann das sein? Ja, guck mal. Den Löwenkopf auf jeden Fall benutzen. Ja. Da fehlt noch einer. So, einer fehlt noch. Wo waren wir denn noch gar nicht? Wir waren in der Waffenkammer. Wir waren... Äh... Kommen wir da hin? Ah. Da oben waren... Ach, guck an. Die waren auf der Seite noch gar nicht. Auf der ja, aber auch nicht auf der. Schau, da ist noch eine Vase, die wir zerdebbern können. Hier hinten ist sonst nichts mehr, gell? Oh doch. Noch mal auf. Oh, Schrottflinte. Gleich nachladen. Und Schrott. Sehr gut. Sonst haben wir da nischt mehr, gell? Ganz kurz. Schießpulver 4. Bolzen könnte man machen. Bin ich jetzt nicht so der Fan von, gell? Das speichert auf jeden Fall. Ah, schade. Ich hab keinen. Ich hab keinen. Es war nicht so der Fan von. Ersteh du stehst ein bisschen zu nah dran. Komm rutsch ran, rutsch ran, rutsch ran, rutsch ran. Komm. Da ist ein Hebel, seht ihr den? Oh, hau ab, Alter. Das ist ein bisschen übertrieben. Ja, ja. Ja, 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 ja. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Geht's dir gut? Ja. Werder, wenn kritisch. Ach doch, ich dachte, ich habe keine Heilung mehr. Alter, gelick. Ähm, die ist ausgerüstet. Ne, die ist, die ist, die ist, die ist passt, die ist passt. Alles verbraucht. Oh, wo ist denn der? Geht doch mal weg von der Frau, Mensch. Lass sie doch mal gut sein. Hat das Strophen. Oh, oh, er steht weg. Ashley, geh weg. Boah, ist das schwer. Schrotflinten-Money. Wie viel haben wir bekommen? Acht. Ich habe gar nichts mehr. Oh, mir geht es gar nicht gut. Kein Kraut, nichts, gar nichts. Weg, Ashley. Ach, das war es wohl. Ganz schön, ganz schön, ganz schön, ganz schön heftig. Das war jetzt aber auch eine Munitionsverschwendung, mein lieber Oli. So, jetzt gucken wir hier mal in Ruhe, was wir hier an Vasen haben zum Zerschmettern. Wie diese hier zum Beispiel, da habe ich es komplett übersehen. Manometer, Manometer, Manometer. Aber schöne Skulpturen sind hier, schöne Kunstausstellungen. Oder Kunst, äh, ihr wisst schon, was ich meine. Das, was da rumsteht. Was da rumflaggt. So, jetzt passen wir auf. Passt mal auf die Karte. So. Da war es der entscheidende Hebel. So, jetzt gehen wir nochmal schön zu dem. Ja, das ist echt wahr. Das ist wohl wahr. Da können wir echt froh sein, dass ihr so positiv denkt. So, jetzt gehen wir aber nochmal hier lang. Hier unten und schauen, was eventuell in den Zwischenräumen noch sein könnte. Wie hier, diese Truhe. Jawohl, ein gelber Diamant. Hm. Das war da mal eben unheimlich viel Schießpulver. Ne, haben wir doch nicht. Ich dachte, wir haben gerade so viel Schießpulver gesammelt. Das nutze ich mal, weil... Ne, hast du auch nicht. Da gibt es einen Ziegenkopf oder einen Steinbock, ne? Rohstoff. Ziegenkopf. Alles klar. Die Punisher ist, was das angeht, echt eine Macht, ne? Durch diese Durchschlagskraft, was die hat. Das ist echt super. Ist echt gut gemacht. So, nochmal geschwind zum Händler, um dir den Auftrag abzugeben. Ah, ich sehe, du hast dich... Haha, alle Achtung. Auf dich kann man sich wirklich verlassen. Wofür kann ich dich begeistern? Wie bitte? Wo wir unsere Ware her haben? Das wird eine interessante Wahl. Also, ich meine das natürlich positiv. Komm, jeder... Ups, ich bin kurz rausgekommen. Kurz raus aus dem... Bildschirm, Entschuldigung. So, haben wir irgendeinen Schatz, den wir bestücken können? Ja, können wir. Edelsteine einsetzen. Ah, den auf jeden Fall. Und dann noch einen von den Roten. 9.000. Pass auf, der Lille, ne? Der gibt gar nicht so viel. Dann würde ich doch noch gerne den austauschen. Ein Trio-Bonus. Wieso Trio? Von 1,4. Der Grüne hat 5. Der hat noch... Wir haben noch einen Roten. Pass auf, den tauschen wir mit dem Grünen aus. 95.000. Walder Geleck. Da könnte man ja fast noch warten, bis wir die restlichen 800 haben. Ja, krass. Ich speichere jetzt erstmal. Speichern. Dass wir da 100.000 rauskriegen. Gibt es nämlich eine Trophäe. Oder eine Belohnung. Besser gesagt. So, gespeichert haben wir. Eingetauscht ist soweit alles. Okay, der senkt sich. Eine Tür öffnet sich. Ist das dein Ernst? Oh, bitte nicht. Alter, wie gut sieht das bitte aus? Ich laufe nicht weg. Wart auf mich, Leon. Leon befreien. Ja. Okay. Dann wird es hier diesmal eine sehr kurze Folge. Und dann möchte ich eine Folge nur mit Ashley verbringen. Okay. Weil das jetzt der Paar ist mit Ashley. Und ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ciao, macht's es gut. Tschüss. Vielen Dank.